Ich hoffe, Jane hat das Schloss aufgekriegt, sonst sind sie mal am Arsch. Oh, sie hat es aufgekriegt, Gott sei Dank. 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 Hilfe! Hilfe! Klamm! Komm schon! Jane, save Sarah! Hast du verrückt? Es ist ein Suizid. Es ist ein Suizid. Bitte, Clementine. Wir können sie nicht ohne zu versuchen. Gehen! Komm schon, Jane. Wo ist die da raus? Komm schon, Jane. Wo ist die da raus? Nein! Tu doch ein ob was! Oh nein! Nein! Ich bin so sorry, Clem. Ich versuchte. Es war einfach nicht genug. Ich weiß. Aber ich wünschte, es könnte anders sein. Push! Oh, scheiße. Sie sind aufstehen! Sie werden hier aufstehen! Sie sind aufstehen! Sie sind aufstehen! Sie werden hier aufstehen! Sie sind richtig! Sie sind richtig! Sie sind richtig! Sie sind wirklich verrückt! Wie werden wir das machen? Ich weiß nicht! Einfach nachher! Wie ist das Ding hier? Wohin... Nein, das schaffen wir bestimmt nicht. Im Weil! Ich glaube nicht, dass wir das mit dem Beil schaffen. Eine Todgeburt ist nicht wahr, oder? Oh, Gott sei Dank. Scheißspiel. Blöds Spiel. Ja, glücklich so ein Schrecken, halt. Ich glaube übrigens, dass wir Sarah nicht hätten retten können. Ich hätte es am liebsten getan, aber ich glaube, das hätte nicht funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir die Welt einigen. Das ist das, was wir sehen, dass wir uns in der Welt einigen. Hey, Clementine. Hey. How's he doing? He's perfect. Who's the perfect little man? Who's the most perfect little man in the whole world? You are. That's right. You are. He looks like Alvin. You think so? Definitely. Thank you. I'm fine, I'm fine. I just wish I could get warm. Clem, why don't you give her that coat we found? Sorry, you know, about the color. You really think I care about that? I don't think so. Do you want to hold him? Could I? Of course. Your family. Here. There you go. You're a natural. Look at you. Like a big sister. Here, let me take him. You both should rest. Especially you. When's the last time you slept, Kenny? About two years ago. I'm fine. Plus, somebody's gotta watch you while mama gets your beauty sleep. You never forget that smell. Oh, shit. What are you doing? Listen. I'm sorry. I've gotta go. Go? Go where? Just... Away. Okay? You know. Jamie. Sarah. I'm not gonna stick around and... Watch it happen to you two. You know the score. You're a smart kid. But... I thought you believed in me. I do. But give it enough time... And everyone's luck runs out. Listen. When the shit hits the fan... Cause it always does... Remember that you can make it on your own. It's not an option for everyone. If things start heading south, don't let them drag you down with them. You don't owe them anything. They'll make you feel like you do. Like it's all one happy family. When push comes to shove, you'll see. I owe these people everything. They've kept me safe. Looked out for me. I wouldn't be here without them. Well, they can't keep you safe forever. No one is safe forever. You take care of yourself. I mean that. Here. Versatility is not overrated. Thanks. Yeah. I, uh... I gotta go. Hey. Thought you'd be asleep by now. You okay? No. I guess we all got stuff on our minds. The temperature's dropping. We're low on food. I think we gotta stay put for a while. You know, for Rebecca and the baby. So I'm thinking as soon as it gets light, Jane and I should go explore. See if we can find some place to scavenge. What? Jane left. For good. What? When? Just now. Are you serious? She didn't say anything about leaving to me? What the fuck? Damn it! Hey, keep it down. Sorry. I... Sorry. Just... Jane's gone. Really? Luke? Of all the childish bullshit. Childish? God damn it, Kenny. You know what? Just lay off. No. You put our lives, this baby's life at risk, so you two can roll around like fucking teenagers. Look. I made a mistake. Alright? No, it's not alright. What do you want from me? Kenny's just trying to protect the group. Well, coming down on me isn't helping. Look. I'm sorry. Okay? I fucked up. But you know what, Jane? She made an offer. And... Jesus Christ, I needed it. Okay? I mean, look around you. Okay? Everything is shit. So forgive me for wanting to enjoy one moment of something else. Fine. But this baby, he's what matters now. Got it? So get your shit together. Kenny, where's my baby? Is everything alright? Everything is fine. We're gonna need a good place to race him. Which ain't here. We gotta push on. We head north. Get to Wellington. That's our best shot. There's a town across the river. It might be safe there. Or at least it might be a good stop on the way. Kenny! I'm sorry. Clem's got a point. That could be a whole town full of supplies. And not that far from here. A whole lot better than here, anyway. Looks like that's our best bet. We need to get on the road as soon as possible. We leave at first light. Whoa! Whoa! What are you talking about? Rebecca needs rest. A few days at the least. We've got that baby formula. And it won't help the rest of us. And what about shelter? We'll freeze out here. Kenny's right. We should leave in the morning. Rebecca is not in any condition to travel. I'll be fine. If there's a chance there's food, we have to risk it. Okay. Fine. If that's what you want. But we should all try to get some sleep. It's been a long day. But it's late. Sorry. Okay, Bex. It's gonna be alright. Und der Winter bricht ein. Woah 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 woah. Woah 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 woah. She's exhausted. We all are. I can keep going. We can't even sit here. And we'll be in the house. Maybe we'll be in the house. You can see it. Ja, das geht schon. Don't forget, you agreed with me last night that we should get moving as quick as possible. Oh, here. It's a place to sit. Rebecca, let me take the baby. He's okay. I've got him. No, you rest for a minute. I'll wash him. Back off, Kenny. She said she doesn't want you to take the baby. Don't be weird about it, okay? I ain't being weird about it. She said... Yeah, you kind of have been. And not just right now. Kenny knows what he's doing. He's been a dad before. That's not the part I was concerned about. Hello? What is this? Yeah. I hear you! Arvo? Arvo? Jane and I met him on the observation deck. Before everyone else came. You know this son of a bitch? What do you want? He doesn't look like much. That ain't the point. Hello? Please! I don't trust him. Also, he might be mad at us. Everybody keep your eyes open. Hello! You're Clementine. What's going on here, friend? You got people with you? Where are they? You're not out here on your own, are you? These are my friends. We stay hidden for safety. But you, we know. You're Clementine. Это они? Да. Это они. Скажи им же, чтобы они поставили их оружие на пол, и что мы забираем все, что они имеют. Что ты хочешь, чтобы я взял? Откуда я знаю? Чтобы у них не было. Может быть, у них есть патроны. Что происходит? Их было двое раньше. А что, один? Не здесь? I do not see a woman who was with you. Where is she hiding? What's going on? She's gone. She left the group. It's a trap. I know it. Они прячутся. Я знаю, что они прячутся. Hey, hey, hey! This can be easy for you. Arvo, скажи, чтобы они опустили оружие. All of you, just put your guns down. This will be fine. Fine, my ass! Listen, Arvo, почему они не... If you put your guns down, we will too. I... 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 Arvo, что происходит здесь? The fuck is she saying? I will not let them touch that baby. You have a baby with you? У них грудничковый ребенок. Если ты знаешь, что хорошо до тебя, опусти оружие и ты чаш! У нас есть слишком много. Бурико, отодей. Драп that now or I'm gonna fucking shoot it. I'll do it. Drop it. Drop it. Don't fucking... Don't move. I said don't move. Хочешь умереть? Ты хочешь умереть? Везли меня. Ты думаешь, что я хороший мужчина? Бурико, Бурико, остановись! Опусти оружие! Не, зачем вы с вами стреляете? Я не хочу умереть! Nein! Fuck! Ich glaube, jetzt haben wir Scheiße gebaut. Das war ganz große Scheiße. Ich hätte um Hilfe rufen sollen. Daran habe ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Wenn ich schieße, dass alle anderen dann denken, ach nein! Aber sie hat sich gerade in eine Streuner verwandelt. Ach man! Jetzt will ich gar nicht wissen, wie Episode 5 weitergeht. Left Sarah at the Trailer Park. Also die meisten haben Sarah nicht verlassen, was ich auch richtig finde. Fast die Hälfte. Also das ist wirklich so 50-50, was wir gemacht haben mit AWO, dass wir ihren Bestohlen haben. Shoot Rebecca, ja 56%. Ja, wir mussten schnell reagieren. Die hätte sonst das Baby gefressen. Aber, ja gut, auf der einen Seite mussten wir halt schnell reagieren wegen dem Baby und auf der anderen Seite denken sie jetzt alle, wir hätten den Osten Schuss abgelassen. Also ich will jetzt nicht wissen, wie wir, wie hier, äh, Kapitel, fünf weitergeht. also fortsetzen. Gibt's jetzt noch einen Ausblick auf Kapitel 5? Vielleicht. Und es gibt nicht mehr einen Ausblick. Ach nein. Sie lassen uns im Dunkeln sitzen. Ist das jetzt auch euer Ernst? Gut, Leute, äh, das war jetzt, äh, Kapitel 4. Ging jetzt nicht so schnell vorbei wie Kapitel 3. Also Kapitel 3 fand ich echt sehr, sehr kurz. Und, ähm, ja, also, ich glaub, Sarah hätte man nicht retten können. An Bailey. Okay. Liebe voller Erinnerung an Bailey. 15.05. bis 2010 bis 8.08.2014. Ähm, ja, also Sarah hätte man nicht retten können. Entweder wir hätten Jane geholfen und Sarah gefressen wurden oder Jane hat's einfach nicht geschafft, wie wir es gesehen haben. Und, ja, das mit dem Schuss war jetzt so blöd. Aber, ich wollte das Baby auch nicht in Gefahr bringen. Deshalb, ach, na, mal sehen, wie es dann im letzten Kapitel weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin jetzt erst mal fertig mit der Welt und verabschiede mich jetzt von euch. Bis dahin, Leute, und tschüss, tschüss. Bis dahin, lasse Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020